Seid gegrüßt, seid gegrüßt und seid nochmals gegrüßt, dreimal seid gegrüßt, aber jetzt viermal. Denkt mal darüber nach, denn hier in Schleierde geht's weiter. Im letzten Part haben wir ja den nördlichen Teil von Schleierde so gesehen erkundet, obwohl da ist ja noch ein Ort Timer-Gee endlich an, den wir noch nicht erkundet haben, nur von außen. Da diese Schleierde Team Galactic, was überhaupt nicht suspekt ist, da waren wir eigentlich noch nicht drin und das müssen wir nachholen. Was sonst, Leute? Gibt's hier eigentlich was zu tun? Das Credo der Team Galactic alles gehört uns und schau über die Welt hinaus. Der ganze Weltraum wird Team Galactic gehören. Ich hab mich ja sowieso schon mal gefragt, was ist hier eigentlich los? So offensichtlich, wie die da Böses tun, warum schreit der da keiner ein? Die können da in Schleierde, einer der größeren Städte von Sinnoh, einfach so ein Riesenhaus draufbauen. Und ja, einfach weiter. Eigentlich in mehreren Städten. Einfach weitermachen. Auch wenn's sowas dann verzapfen. Machen einfach weiter, ohne dass irgendwie ne Polizei oder so eingreift. Das ist immer so hasst. Du bist zu jung für uns. Wenn du älter bist, kannst du bei uns mitmachen. Wer sagt, dass ich mitmachen würde? Ja, Dorfis. Team Galactic forscht hier Tag und Nacht. Wir konzentrieren uns auf neuartige Energieressourcen. Ressourcen. Nicht Ressourcen, sondern Ressourcen. Ja, so spricht man das aus. Wir Team Galactic werden alles nehmen, was wir nur nehmen können. Und wir interessieren uns nicht für Dinge, die uns nicht weiterbringen. Das ist unsere Philosophie. Die sagen wir auch da einfach so, die Welt hinaus. Aber keiner macht was. Das ist ja sowas von gut, diese Pokémon-Welt. Wenn man sich so recht überlegt, möchte man wirklich dann so als normaler Mensch in der Pokémon-Welt leben, wenn das so ist, ne? Ein böses Team braucht. Kann tun, was es macht. Was es machen will. Nicht, was es macht. Und keiner unternimmt was. Weil warum auch immer. Ich glaube, ich denke darüber einfach nicht mehr nach. Da wird man nicht schlau draus. Es ist Pokémon. Da braucht man von Story sowieso eigentlich nicht viel erwarten. So schaut es einfach aus. Das ist jetzt nicht... Ey! Nichts gegen Pokémon-Schaden. Das stinkt einfach. Mysteriöse mit Ritenzahn. Ja, auch überall. Überall mit Riten. Ja, aber das stimmt ja. Pokémon und Story. Zumindest hier jetzt in den Haupteditionen spielen. Es ist eigentlich nicht vorhanden. So ehrlich muss man dann auch sein. Ja, ne? Wir haben die versteckte Maschine fliegen hier in unser Gebäude gelagert. Warum ich dir das sage? Weil ich es kann. Sie sagen, ich darf sie haben, wenn ich ihnen beweise, dass ich es wert bin. Du bist es nicht wert, weil du irgendeinem fremden Kind das erzählt hast. Besuche den See der Kühnheit gleich an der Route 214. Warum muss ich das so vorlesen? Was gibt's hier? Wechselstube, Stibitzetube, hier gibt's Münzen und so. Ach ja, hier geht's ja auch noch um Zocken, Zocken, Zocken. Es gibt hier so tolle Preise, aber die ganzen Münzen zusammen zu sparen. Oh, ich liebe Worte wie Po- Was? Po-Kal-Len-Spiel? Po-Kal-Len-Spiel? Und Meisterschafts-Finale? Po-Kal-End-Spiel? Po-Kal-Len-Po-Kal-End-Spiel? Irgendwie habe ich Pokémon im Kopf gehabt. Deswegen irgendwie so Po-Kal-Len-Po-Kal-Len-Spiel? Okay, wenn du meinst. Warum sagst du mir das jetzt? Münzen, hast du Münzen? Was? Du willst einen Seidenschall, kannst du aber nicht haben, Miststück. Du bist nicht reich genug. Ja, das ist hier ja irgendwie der Ort, der Oh, ich bin ja schon toll und so erhaben. Weißt du vielleicht, wo ich einen Münzkorb bekommen kann? Angeblich gibt es da einen Clown, der welche hat, aber ich weiß nicht, boah. Klingt doch überhaupt nicht respekt, wenn einfach so ein Clown dir das gibt, ne? Diese Musik, an die, an die kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Habe ich gefunden, was ist jetzt, Leute? Andere Spielbeginn jetzt, oder was? Hey, wenn du hier spielen willst, brauchst einen Münzkorb. Ich glaube, der junge Mann hat noch eine Musik. Die Musik! Okay, das überrascht mich. Oh, ich erkläre dir, wie man einem anirgendwo, wie denn hier Spielhalle funktioniert. Das ist alles Glück. Obwohl, Glück, nein, du wirst einfach die meiste Zeit noch verarscht. Ja, während, ja, du brauchst mir nicht sagen, wie das funktioniert. So Glücksspiele sind sowieso so. Aber, ich muss auch zugeben, so aus Fun spiele ich auch mal Poker. Ah, die Musik. Ach ja. Ist das nicht jetzt die von Kanto, die Musik, so eine gremixte? Oder Pokémon Stadium, oder beides. Ich kann mich da schon irgendwie dran erinnern. Naja. Aber Poker würde ich gerne zocken, wenn ich andere hätte, die mitzocken würden. Weil, das kann Fun machen. Aber so aus Fun und nicht irgendwie Geld wetten und sowas. Oh, Pipi, schau, ich hab'n Pipi in der Hose. Geh weg. Geh weg, ich will dich nicht. Ich will natürlich Münzen, klar, aber Rekorde zu brechen ist auch toll. Lihihi. Mich würde es nicht wundern, wenn der Rekordhalter hier von der Spielhalle ist, ne? Gewinne hoch 10, da wäre schon die Bonusrunde. Wenn die Bonusrunde, dann an der Schuster und geht zum Schalter. Du hast mich so erhalten und so. Ja! Okay. Wenn du meinst, ein Freund aus meiner Kuppe hat hier tolleinweise München gewonnen, dann werde ich hier rausfordern. Ja, zirkt mich. Hey, heute klappt aber auch gar nicht. Ich hab' auf mein 3DS gespuckt. Was ist ein 3DS, ich weiß nicht. Bist du ein Trainer? Hast du die Arenaleiterin hier besiegt? Sie ist nämlich meine Tochter und ganz schön stark. Okay, wenn du weißt. Ja, ja, ja. Aber auch interessant, dass wir irgendwie den Vater von Arenaleiter hier kennenlernen. Auch wenn er so ein Spielsystem ist anscheinend. Ja, aber trotzdem interessant, ne? Schleide ist die Stadt der Felsen. Wir haben sie hier sogar meteoriten. Das hat zwar nichts damit zu tun, aber ich geb dir diese Maschine. Wahrscheinlich ist das so ein Peilsend und du verfolgst mich dann. Und dann in der Nacht machst du Dinge mit mir. Itemsperre. Und das Sperre sogar. Wahrscheinlich ist das so ein Gift. Und wenn ich schlafe, kommt das Gift raus. Und dann bin ich gelähmt. Und dann kommt er. So, schau es aus. Warum muss ich so denken? Nun genieß dein Aufenthalt, den Schleide. Der Stadt der Felsen. Bald bist du und dein Felsen. Okay. Weg hier, weg hier. Oh, Batschi, Batschi, Batschi. Batschi, Batschi, Batschi. Sorry, musste mal sein. Oh, sind wir ein wenig müde? Nein, nicht du. Ich meine deine Pokémon. Wenn du möchtest, kann ich dir eine Massage geben. Nicht dir, sondern Pokémon. Weil ich hasse, ne, die möchte ich nicht anfassen. Aber Pokémon? Ja, immer wieder. Warum nicht? Ja, welches braucht denn ein wenig Entspannung? Wer möchte entspannt sein? Mach das mal mit so einem Geist. Und ein Luftballon. Das ist eine komische Vorstellung. Massier ein Luftballon. Da mal los. Entspann dich, mein Kleines. Das muss ja irgendwie doof sein. Wirklich so ein Luftballon. So schrub, schrub. Na, tut das dir gut. Schrub, schrub. Und dann pff. Kidnap. Schaut verträumt und zufrieden. Es träumt, Kinder zu. Entführen. Übrigens. Heilt. Heilt dein Pokémon das hier. Was? Was ist denn eine Goldmütze? Achso. Vielleicht noch von dem einen Park da. Und ich hab gar nicht nachgeguckt. Was kannst du sagen? Komm morgen wieder. Du hast die ganze Zeit Gold gehabt und mir sagst du nix. Kidnap. Der Kerl mit den Sch-Sch-Sch-Charls in Weideburg ist der Freund meiner Schwester. Sie sicken sich regelmäßig Briefe und die Pokémon stellen die Briefe zu. Okay. Dankeschön für diese Info. Ich könnte mal auch so Fernsehen sehen und sowas. Wir haben ja da schon ein Interview mal geführt. Aber kein Bock. Es gibt viele Zauberkünstler. Du weißt schon. Drecks und Illusionisten. Aber es kann doch sein, dass etwa 5% davon wirklich zaubern können. Kann es das sein? Stop it. Red nicht sowas, ne? Hey, da. Achte auf die Mönze. Dreh, dreh, dreh. Dreh, 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 dreh. In welcher Hand? Rechts oder links? Rechts? Ich mach's trotzdem und leg's wieder in die linke Hand, oder? Pah, wie armselig. Ja, da kann man sowieso nix machen. Oder sieht man da irgendwas nie? Rechts? Rechts? Jetzt wahrscheinlich wieder. Wenn ich jetzt auf links tu, dann tu da rechts. Deswegen noch einmal rechts. Alter! Boah, willst du mich jetzt hier verarschen, oder was? Endlich. Und als Belohnung gibt's dafür. Ja, voll First Strike geschafft. Ne, deswegen kriegst du jetzt sowas. Tschüss. Wie armselig. Und jetzt ist alles bereit für den nächsten Arena. Arena. Den nächsten Arena. Ja, wir stellen uns der Arena. Also dem Haus. Nicht die Menschen da drinnen. Also gehen wir einfach. Hey, Lucia! Oder? Ja. Lucia. Ja. Seh, wie nimmst du die Herausforderung in der Arena an? Huiuiui. Du wirst von Mal zu Mal stärker, oder? Meine ich das nur. Was ich hier mache? Ja, ich war einkaufen im Kaufhaus. Was ja alle Weiber machen, ne? Ich meine, ich arbeite natürlich an meinem Pokédex. Aber shoppen, shoppen, shoppen. Okay. Nun, man sieht sich später. Tschüss. Ich geh wieder zocken. Was zocken? Shoppen ist ja das eine. Aber dann zocken und shoppen. Oh mein Gott, das kann ja was werden. Pokémon Arena schleihe der Leiterin Hilda. Das ist barfüßige Kampfgenie. Ja, ja, ja. Das ist nämlich... Ein Kampf, 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 ne? Hey, hallo! Wie sieht's aus auf dem Weg zum Gym? Die Arenaleiterin Hilda sagte, Ich weiß nicht, dass Pokémon von 2. Flug und Psycho richtig gefährlich werden können. Okay. Und das schaut hier auch anders aus. Ich kann mich hier jetzt nur an die Platin hier erinnern. Aber hier, hier, hier. Vielleicht müssen wir gegen jeden anderen mal schauen. Scheint aber doch ziemlich viel zu sein. Wir sind der Grathevierer. Ich versetze die Eidenschlag im Namen des Mutes. Ja! Irgendwann! Okay. Grathe! Wo ist Lopos, wenn man ihn braucht? Ne? Schwarzgurt Darius. Ja, ich bin enttäuscht. Ich hab gedacht, du hilfst mir da. Aber nein, er kommt nicht. Man kann sich nicht auf Internetfreunde verlassen. Keine Ahnung. Lass mich halt. Naja, aber das passt ja eigentlich irgendwie da zum Thema oder zu meiner Situation. Zwar nicht Kampf, aber... Warum machst du das? Warum machst du das? Na. Das habe ich ja schon im letzten Part angesprochen. Ich habe ja gerade eher wenig Zeit im Moment. und das schwecken, weil ich einfach trainiere, 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 trainiere für so Aufnahmetests, für Studium, was ich halt gern machen möchte. Und es ist zwar eh nicht viel, was man da machen muss, aber es ist für mich doch sehr viel. Erstens, ich war völlig untrainiert. Und das habe ich ja auch im letzten Part angesprochen. Der einzige Fehler war einfach, ich habe zu spät angefangen. Nicht mal zwei Wochen habe ich jetzt Zeit. Also, eigentlich ist schon... Der Part kommt am Dienstag raus und ab morgen, ab dem 1.7. bis 10.7. sind halt diese Aufnahmen-Tests-Dinger. Ja, ich weiß selber nicht, wie das dann sein wird. Ob alles an einem Tag ist oder so aufgeteilt. Das werden wir noch sehen. Aber, ja. Völlig untrainiert und nur nicht mal zwei Wochen trainieren. Ja. Aber, was muss ich überhaupt machen? Habe ich ja schon gesagt. Eine Rolle, was bei mir hinzukommt, dass da eine gewisse Angst ist. Weil ich ja in der Volksschule, in der Grundschule, habe ich da mal so einen Vorfall gehabt. Und da muss ich das irgendwie bekämpfen, diese Angst. Weil Rolle generell ist ja nicht schwer, ne. Das Komische ist sowieso, die anderen zwei kann ich schon halbwegs. Nämlich Handstand, mit meinem ganzen Gewicht völlig untrainiert. Da, ich muss mich erst einmal an mein Gewicht gewöhnen. Und das muss ich auch kurz stemmen können, ne. Das meine ich ja eigentlich. Aber, das habe ich schon mit Hilfe meiner Eltern geschafft. Aber, sie haben mir da letztens nicht so viel geholfen. Also, bei einem letzten Versuch. Und da habe ich schon relativ gut geschafft, den Handstand. Also, halten kann ich mich sicher mal schon. Jetzt muss ich halt nur üben, irgendwie so nach oben zu kommen. Ja, ich konnte den Sieg nicht erzwingen. Ne, ne, ne. So sieht's aus. Ich schicke jetzt einfach mal Kidnap. Kiddi, Kiddi, Kidnap. Nach vorne. Weil, Scheide dauert zu lange. Obwohl, ich kann mir vorstellen, mit Kidnap dauert's auch ziemlich lange. Hier sind ja gerade. Jetzt heult er die ganze Zeit los, oder was? Ja, Eugen mit Maschok. Ne, wieder zurück zum Thema. Äh, wo war ich denn jetzt? Ja, Handstand, das schaue ich... Nein, heute nicht mehr. Heute schaue ich dann so einen Bumeranglauf, oder irgendwie so ein geschickliches Skype-Lauf, den hie ich heute noch. Das ist das, was mir am wenigsten Angst macht. Weil es ist einfach nur rüberspringen über so eine Stange und dann gleich wieder unten durchlaufen. Oder ducken. Und dann halt, dass ich irgendwie so im Kreis herumlaufe und das halt insgesamt dreimal so rauf, dann schnell wieder runter und so. Das habt ihr jetzt gecheckt, was ich sagen wollte. Also über die Stange hüpfen und dann gleich wieder runterhüpfen. Das meine ich. Aber am Abend probiere ich dann wirklich mal von allein die Rolle machen. Weil, da sind wir beim dritten, was ich machen muss, was, ja, was doch anstrengend war. Nicht nur anstrengend, weil es körperlich anstrengend ist, sondern auch mental. Nämlich am Reck. Also Reck, so Stämmen, habe ich ja auch gesagt. Und da muss ich halt eine Drehung machen und dann halt im besten Fall mit den Füßen dann bei der Drehung nicht vorne landen vor der Stange, sondern wieder hinter der Stange. Und heute bin ich zum ersten Mal alleine zum Spielplatz gefahren, weil da kann ich, nur da kann ich halt Reck üben, weil da gibt's auch so Stangen. Und dann kann ich halt Stützeln halt herum üben. Sonst habe ich immer meine Eltern mitgehabt. Aber da, ja, da haben wir sicher auch Fortschritte gemacht. Aber, ja, es sah auch nicht so gut aus, weil ich glaube, insgesamt so haben wir eineinhalb bis zwei Stunden trainiert am Reck, ich mit meinen Eltern und habe nur, sagen wir jetzt, fünf Umdrehungen geschafft. Und das Schlimme ist eigentlich, finde ich, nicht das Stützen, das kann ich eigentlich eh gut, dass ich mein Gewicht stützen kann. Nur halt, wenn man dann oben hängt auf der Stange und so stützt und dann die Bewegung nach vorne und die Umdrehung dann, das war eher das Problem. Dass man dann nach vorne sich stürzt und dann halt die Umdrehung macht und die Stange. Und da musste ich doch irgendwie Kopf, Kopfsache war das einfach nur. Einfach irgendwie trauen nach vorne und dann passt das schon, weil das Wichtigste, immer festhalten, weil bei der Drehung muss man ja kurz, so gesehen, auslassen. Man kann nicht sich drehen und dauernd ziehen. Ja, das ist voll gut erklärt, aber was ich eigentlich meine ist halt, man muss kurz loslassen, dass man irgendwie den Arm nicht ausrenkt oder sowas, wenn man sich jetzt dreht. Nicht immer so steif dran festen, halten diese Stange, sondern mal kurz loslassen. Ja, loslassen, nicht so, da ist die Stange, oh, weg, weg, dann fliegst du auf den Rücken. Also, man hat den in den Griff, dann kurz loslassen und mitdrehen mit der Hand. Und das ist eigentlich das, was man schauen muss, was... Das darf man einfach nicht loslassen, sonst fällt man hin mit dem ganzen Schwung, den man mitgenommen hat und das kann auch schon blöd enden. Aber das war eh nie das Problem bei mir, dass ich auf einmal losgelassen habe. Auch bei der ersten Drehung überhaupt, wo meine Eltern mir halt mitgeholfen haben. Aber, ja, jetzt bin ich halt zum ersten Mal runtergefahren und dann habe ich es einfach gemacht. Ja, das klingt jetzt so doof. Ich habe es einfach gemacht. Ich habe mich kaum getraut, alleine irgendwie nach vorne. Aber heute bin ich allein mal runtergefahren und habe es einfach gemacht. Also die Bewegung nach vorne, dass ich mich drehen kann. Sonst war ich immer oben, habe da hingeschaut, möchte ich jetzt nach vorne fallen? Nee, 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 lieber nicht. So war das bei meinen Eltern dann gegen Ende immer wieder. Und, ja, da habe ich innerhalb von ein paar... Was tut man jetzt damit? Innerhalb von ein paar Minuten, ich glaube so 15, 20 Minuten war ich weg, habe ich, ja, Schlag im Namen der Liebe. Oh, die Liebe. Habe ich jetzt schon alle besiegt, außerdem jetzt... Keine Ahnung, ich quassle einfach Marios mit Schackschock. Schackschock. Ja, aber ich bin einfach runtergefahren, habe mich gestemmt und bin einfach nach vorne. Habe es einfach gemacht, ne? So, do it like, ne? Aber, ja. Und dann habe ich eben innerhalb von so 15 Minuten ungefähr so 12 Umdrehungen gemacht. Also fast jede Minute eine Umdrehung. Und das ist das Doppelte, was ich mit meinen Eltern erreicht habe. Beziehungsweise mehr als das Doppelte. Und, ja, jetzt muss ich halt nur noch üben, dass ich mit den Füßen dann irgendwie halbwegs... Nicht weiter vorn lande, sondern weiter hinten. Das Beste, was war, ich war halt in einer Linie mit der Stange. Das muss ich halt noch üben, weil... Das sollte man eben nicht machen. Ja. Naja, aber heute Abend probiere ich dann noch eine Rolle. Und probiere es auch so rein nach dem Prinzip. Do it! Einfach, äh, Rolle, das... Das check ich ja. Das check ich ja. Eine Rolle, das ist ja eigentlich sehr einfach. Nur ist bei mir da auch immer wieder dieser Angstgedanke von dem Ohren... Von dem Ohren. Von dem einen Vor... Vorschule, nicht... Grundschulvorfall, was ich da gehabt habe. Und das ist dann nicht so schön gewesen bis jetzt. Deswegen, ja... Ich schaue, dass ich heute dann am Abend das noch einmal mache. So do it like, wenn nicht, dann probiere ich es halt morgen. Und heute, wenn ich es wieder nicht mit dem Dingsbums hinbekomme, mit der Rolle, dann schaue ich halt am Abend wegen einem Handstand, dass ich das allein irgendwie hinkriege. Weil bis jetzt, habe ich ja schon gesagt, ich kann mich zwar stemmen, aber bis jetzt haben meine Eltern meine Beine halt ein bisschen da Hilfe gegeben, dass meine Beine dann nach oben gehen, meine Beiden. Und auch dann gegen die Wand stützen, weil beim Handstand darf ich ja dann nicht mit dem ganzen Körper gegen die Wand fallen, sondern nur mit den Fersen muss ich dann so ein bisschen nach vorne dann beugen mit den Füßen. Dann Fersen gegen die Wand und dann wieder zurück. Also nicht mit dem ganzen Körper gegen die Wand, sondern nur mit den Fersen. Und das muss ich halt auch irgendwie allein hinbekommen. Und gestern Abend, da war eher so ein, wieder so ein Streitabend, weil da hat mein Kopf einfach Nein gesagt, ich will nicht mehr. Meine Eltern haben so genervt und da habe ich halt mal den Entschluss gefasst und ich glaube, das ist auch das Beste, wenn ich jetzt einfach mal allein trainiere. Vergeltung? Was machst du denn mit mir? Lass die Räte in Ruhe. Also wirklich. Was wollte ich sagen? Ja, ich muss sowieso dann für die Prüfung, die ja gleich einmal ist in ein paar Tagen, muss ich sowieso alleine schaffen. Und da glaube ich, da habe ich eben mir dann gedacht, jetzt auch beim Racküben, jetzt machst du das mal alleine. Vielleicht kannst du das irgendwie nicht, wenn da jemand neben dir steht oder sowas. Und da brauche ich einfach das Gefühl dann, ich bin jetzt da alleine, ich muss das alleine schaffen. Das hat auch irgendwie immer so irritiert, beim Rack zumindest, dass da immer neben mir welche standen. Nee, ich möchte das jetzt nicht erlernen. Bitte nicht. Oh, bitte. Was soll denn die Gap genießen? Auch wenn es nützlich sein kann? Nee, ich lass lieber. Ah, Taman. Oh. Oh. Warum? Bist du ein Level aufgestiegen? Kann das sein? Egal. Hey, Kidnapp entwickelt sich. Auch wenn es so süß ist. Jetzt werde es zu einem. Ach ja. Das ist immer schon, wenn die Pokémon sich entwickeln. Besonders, wenn man nicht weiß, wann die Pokémon sich wirklich genau entwickeln. Ja. Ein Treffzeppeli. Pi, pi, pi. Yay. Jetzt ist noch ein Ballon geworden. So, wie kann man das bitte bewegen? Ach so, vielleicht. So, vielleicht irgendwie. Oh. Oh. Aber ich glaube, ich habe hier jetzt eh jeden besiegt von diesen Spastis. Jap. Also gehe ich mich kurz mal heilen. Also, bis gleich. Söschchen. Da schinden wir wieder, Höschen. Jetzt habe ich dich da eingesperrt. Was sagst du jetzt nun? Obwohl, ich glaube, sollte man das so machen? Ich weiß nicht. Wie gesagt, ich kenne eigentlich nur das Rätsel von Dingsbombs. Von Platin. Und nicht das hier. Das ist mir eher noch fremd. Ich habe zwar mal, wie schon gesagt, Diamant gezockt selber. Früher. Aber eben früher. Einmal durchgezockt. Und ja. Mehr nicht. Also habe ich eigentlich überhaupt keine Erinnerungen mehr an dieses Rätsel hier. Aber ist doch jetzt halt so schlimm. So ein fettes Rätsel ist das auch wieder nicht. Er hat fett gesagt. Keine Ahnung. Auf geht's. Jetzt muss ich mich konzentrieren. Dann muss ich da nach hinten irgendwie. Und was muss ich hier machen? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und dann muss ich da rechts noch schmal lang. Ja, ich sehe schon, was ich schon machen muss. Ja, das hier. Und dann kann ich da gleich weitergehen. Und das war sowieso... Nein, Troll war das nicht, weil da musste man ja irgendwie lang gehen da oben. Ich glaube, ich hab's. Ich hab's, oder? Doch nicht. Achso, ich musste auch auf Fall vergessen. Upsi. Hihihi. So, das muss ich ja noch verschieben. Und dann komm ich da rauf. Und dann haben's wir. Also, so schwer ist es jetzt auch nicht, dieses Rätsel. Auch wenn es jetzt blind war, hat man ja gesehen. Ich hab's doch geschafft. So. Schaut ein bisschen schief aus für mein Geschmack, liebe. Liebe Frau, das schaut da hinten ein bisschen schief aus. Au. Ja, hallo. Hallo, schön dich kennenzulernen. Ich bin die Arena-Leiterin Hilda. Ich weiß nicht genau, wie es ist, wie es ist, wie es ist, ich kann nicht reden. Wie es ist, stark zu sein. Und Arena-Leiterin bin ich auch nur zufällig. Mein Vater ist ein Zocker, deswegen muss ich das übernehmen. Aber ich werde in jedem Fall mein Bestes geben. Schließlich sind Kämpfe eine ernste Sache. Also dann. Huah. Los, Lady, kämpf gegen mich. Yay. Mal schauen, mal schauen. Ich weiß, wie die Level sind. Weil, wie gesagt, da schaue ich eher drauf, dann offscreen. Auch wenn ich nicht gerne offscreen was nachschaue. Aber da schaue ich schon nach, weil... Ja. Ich hätte jetzt Level 30 trainieren können. Obwohl, das hätte ich nicht können jetzt in dieser Zeit. Weil da habe ich ja eher weniger Zeit jetzt. Also jetzt die nächsten Tage und jetzt so ungefähr. Aber ich habe jetzt doch ein bisschen trainiert. Hat man auch, glaube ich, gesehen. Und ja, ich hätte da Level 30 trainieren können. Weil ich hätte mir gedacht, ja, kann hinkommen. Arena-Leute, Level 30, also trainiere ich Level 30. Und nein, das sollte man nicht machen. Warum? Weil ich habe auch schon den nächsten Arena-Leute nachgeguckt. Der ist ungefähr gleich stark wie diese Arena. Also so Level 30 oder 32 ist das beste Pokémon. Und wenn ich jetzt alle schon Level 30 habe, plus die Trainerkämpfe hier in der Arena und Arena, steigen es dann auch ein paar Level hoch und dann bin ich überlevelt. So einfach schaut es aus, ne. Auch wenn ich mich frage, warum ist der nächste Arena-Leute genauso stark wie die da. Oder halt das stärkste Pokémon ist im Level, um zwei Level mehr, stärker. Obwohl ich glaube, der hat auch Level 30, der nächste Arena-Leute. So 27, 27 und dann Level 30. Oder hast du hier 32? Kann jetzt auch sein. Kann sein, kann sein, kann sein. Naja, aber gut gemacht, Tänma. Aeroas, joo, joo. Mal schauen, wie viel kann denn jetzt Flügelschlag? 60. Eigentlich ist das Beste jetzt einfach Flügelschlag. 60, 60, 60, 60. Beide ziehen gleich viel ab. Nur hat Aeroas 100% Genauigkeit. Ja, nicht 100%, sondern es trifft immer. So, wen schicken wir jetzt rein? Wer könnte denn das jetzt übernehmen? Spiritus? Ich weiß jetzt nicht, weil Gesichter, Gesichter, Böse Wichte, ne? Und dann ist ja effektiv die Attacke. Deswegen ist das nicht so gut, ne? Äh, das meine ich damit. Dann schicken wir einfach mal Kidnapp rein. Warum nicht? Ja, weil mit Kampf kannst du nix anrichten, auch wenn du Gesichter drauf hast. Es ist Flügelschlag, also überhaupt nix. Jetzt kannst du eigentlich nur irgendwie mit Stahl angreifen. Level 30. Der Kampf ist noch nicht zu Ende. Ach, das sehe ich auch. Das musst du mir nicht sagen, Frau. Dann setzen wir einfach mal Horta ein. Mal schauen, was du drauf hast. Metallblaue. Oh, das kann jetzt wieder doch ein bisschen ziehen. Da muss ich mich jetzt schon hüten, irgendwie. Ja, ihr seht, es tut ein bisschen Aua, Aua. Aber zweimal Horta ist eigentlich optimal. Dann heile ich mich kurz und dann auf Angriff fixieren und so. Lass endlich deine Dürfen, 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 Dürfen. Das gefällt mir nicht. Ich sag jetzt nur mal so. So, ich würde auch noch sagen Energiefokus, weil Windstoß ist jetzt nicht die beste Attacke. Wird jetzt nicht so viel abziehen. Ich habe auch die Vermutung, es wird eigentlich nix abziehen. Aber mal schauen, mal schauen. Und Kummermilch habe ich mir aus Grün auch besorgt. Also, Kidnapp, jetzt bist du bereit. Jetzt besiegen wir dieses Möchtegern-Pommi-Lucario da vor uns. Nee, 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 so sieht's aus. Also, was sitzt jetzt denn? Obwohl, Metallklaue hat ja auch die Möglichkeit, den Angriffswert zu steigern und das möchte ich dann nicht. So. Aber es ist ja noch nicht passiert. Gut, 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 gut. Dann Energiefokus. We need that critical hits, ne? Und dann ist es eigentlich... Ende. Gelände. Es sei denn, irgendwie Volltreffer kommt dann von dir. Also, da kann ich sowieso nix machen. Aber mal schauen. Wie viel zieht jetzt so ein Windstoß ab? Da bin ich jetzt doch ein bisschen gespannt, ne? Komm schon. Kidnapp. Du bist weiterentwickelt. Letzte Stufe sogar. Das muss abziehen. Ja, da der erste Volltreffer. Das war ein Volltreffer übrigens, ne? Deswegen habe ich gemeint, ja, auf Energiefokus. Ist Energiefokus jetzt auf den ganzen Kampf bezogen oder irgendwie nur eine Runde? Das weiß ich mir so nicht. Ich glaube, auf den ganzen Kampf irgendwie bezogen. Och nee, wat machst du denn? Dat gefällt mir nicht. Citrospeere. Eigentlich könnte ich auch mit zu Beeren herum experimentieren. Ich würde sagen, noch mal Hort und dann noch heilen und dann haben wir's. Ja, kann mal machen, kann mal machen. Ich hätte auch Sandro hier mitnehmen können. Das hätte ich schon machen können, aber nein, hat er nicht. Was tue ich denn nur für Sachen, Sandro? Obwohl, Sandro braucht sowieso ein bisschen Level-Level jetzt. Ist, glaube ich, jetzt Level 25. Muss also ein bisschen nachholen. Aber das Training mit Sandro wird sowieso ein Klacks mit Flammenwurf, Flammenblitz. Ja, Knirsche, glaube ich, auch hat er drauf. Also, so schlimm wird das auch wieder nicht. So, jetzt haben wir eigentlich so gut wie gewonnen. Obwohl, du könntest auch einen Krant verwenden. Das wäre aber voll unfair. Und jetzt passiert eben dieser Mist hier. Ich glaube, ich kann nicht noch einmal Hort einsetzen. Dreimal ist das Maximum. Aber, ja. Ja, mal schauen. Im Notfall wechsle ich halt aus. Aber Kidnap hat dann gute Arbeit geleistet. Muss man schon lassen. Aber Metallklaue, da kann schon reinziehen und so. Steck wohl etwas in der Klemme, oder? Kommt drauf an, ob du einen Trank verwendest oder nicht. Weil, wenn du einen Trank verwendest, dann könntest du diesen Kampf da gewinnen. Gegen Kidnap. Aber ich wechsle dann, glaube ich, aus. Falls das jetzt wirklich passiert. Aber ich muss immer wieder aufpassen wegen Vollkrebs und sowas. Oh, apropos Volltreffer. Mal schauen. Ach, Mensch, was soll das? Was soll denn das? Das dauert doch so lange. Willst du das wirklich? Naja, vielleicht... Vielleicht sollen wir noch einmal Energiefokus einsetzen. So doppelt, doppelt Volltreffer. Okay, da trifft nicht. Ich glaube, 75... Ja, 75. 95% Genauigkeit hat das, oder? Irgendwie so rum. Ja, sonst würde es ja jetzt keinen Sinn ergeben, warum wir das jetzt nicht geschafft haben. So, wie viel zieht denn das jetzt ab? Ich muss jetzt auswechseln. Und ich weiß schon, wenn ich jetzt ein Wechsel tue. Obwohl, nee, ist jetzt auch nicht so optimal. Weil ich wollte sagen, einfach Spiritus. Aber hier ist ja das noch nicht mit dem... So wie der sechsten Gen. Und das ist alles nicht sehr effektiv. So. Aber Naro könnte es gut wegstecken. Oder Shiny. Shiny könnte es auch gut wegstecken. Mal schauen, wer hat denn den besseren Verteidigungswert? 35. 35 schaut nicht gut aus. Deswegen, Naro. Weil du setzt jetzt wahrscheinlich wieder Metallklaue ein. Aber da sind wir sehr viel... Auf geht's. Mal schauen. Naro. Komm schon. Du schaust das. Du schaust das. Und... Das hat aber doch sehr viel abgezogen. Jetzt habe ich Angst vor der... Dings von so Attacke. Ich sag's jetzt nur weil so. Oh. Oh. Mal schauen. Weil jetzt kommst du sicher mit so... Ach, mit so einer Attacke. Ist das doof? Oh Gott. Hättest du eine Kampfattacke eingesetzt? Oh. Das trifft mehr als zweimal. Ja. Doch wann. Es ist schwierig. Es ist schwierig. Habe ich mir sowieso gedacht. Gegen ein Lucario. Und ich bin jetzt auch nicht so auf der Höhe mit dem Level. Hm. Setz du noch einmal das ein? Was kannst du denn tun? Was hast denn du? Schwebe. Hm. Eigentlich, Herr Rete, du müsstest eine Attacke aushalten. Weil schneller solltest du eigentlich schon sein gehen. Im Vergleich zu so einem Lucario. Und was setzt du jetzt ein? Ja. Gut, 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 gut. Und jetzt bist du tot. Ne? Warum bist du schneller? Das check ich nicht. Warum ist ein Lucario jetzt schneller so draufgegangen? Gut. Und ja. Es war doch irgendwie... Ich hätte es mir ein bisschen leichter vorgestellt. Aber das haben wir trotzdem gut gemacht. Gut gemacht, Team. Los, alle Applaus. Ich kann gerade nicht applaudieren. So, jetzt kann ich... Ich muss die Niederlage akzeptieren. Du bist einfach zu stark. Ich weiß. Auch wenn ich zweimal Drang benutzt habe, ist es auch nicht so schlimm. Sieh, dein mal. Also halt so schlimm. Okay, du hast gewonnen. Das war eine schwere Niederlage für mich. Ich habe viel daraus gelernt. Ja, was denn? Sag's mir. Hier ist dein Orden. Hey, Bergorten. Warum heißt das Bergorten und nicht Kampforten? Oder Sackorten. Wegen so Kampfsacks. Keine Ahnung, wie diese Säcke heißen. Diese Säcke da. Ähm, ich sollte dir den Orden erklären. Mit dem offiziellen Bergorten kannst du nun V im Fliegen verwenden. Oh, und das ist für dich hier doch. Was ist das? Du hast keine Kampfattacke eingesetzt. Äh, Ableiten. Oh, ja. Sie fügt Schaden zu und kann Kapien regenerieren und so. Mann, bin ich hungrig. Na, was? Nein, ich hab's nicht gesagt. Nee, nee, nee. Säbe, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man stark ist. Was ist die stark? Was tust du immer so? Ich bin so schwach. Ich bin so schwach. Du warst ja eh stark. Alter, schlimm, ja. Ich weiß auch nicht, was man tun soll, um stark zu werden. Nicht mehr denken, dass man schwach ist. Das ist der erste Schritt. Genau wie ich's vorher erklärt hab. Vieles ist nur so mentale Sachen. Besonders da im Kampfsport, ne. Aber ich weiß, dass eine enge Bindung an Pokémon der erste Schritt dazu ist. Und nicht denken, dass man schwach ist. Bäh. Naja, das hat jetzt doch ein bisschen länger gedauert. Mal schauen, passiert hier draußen nichts noch? Was? Hey, du bist wieder da. Hey, stalk mich nicht, du Frau. Hey, Sibi, du bist auch da. Kannst du mir bitte helfen? Ich hab aus Versehen meinen Pokédex fallen lassen und Team Galactic hat ihn einfach so geschnappt. Und nun wollen sie ihn nicht mehr hergeben. Bitte, hilf mir. Ich warte vor dem Gebäude. Team Galactic, bitte kommen. Gegen diese Mieten. Du könntest da auch alleine gegen die. Naja, naja. Ja, lassen wir es. Also nicht lassen wir es, wir lassen sie jetzt ins Stich, sondern egal, jetzt helfen wir einfach. Naja. Aber Leute, ich würde sagen, das werden wir dann im nächsten Part erledigen. Also Leute, macht's gut. Und nicht zweifeln. Nicht zweifeln an euch. Mental muss man bereit sein, ne. Oder manchmal halt Just do it, ne. Naja. Auf Wiedersehen.